Sooo, da bin ich auch schon wieder. Ja, noch eine ganz kurze Aufnahmepause, geht's natürlich weiter. Äh, was hier? Scheinbare Wand. Wie die mich wieder anlügen hier. Ich frage mich ja wirklich, ich finde auch schon, wie die einfach hier einfach mit dem Farbeimer die Himmeltextur schwarz gefärbt haben. Finde ich so hässlich. Selbst, es passt zwar hier zum Sitting, aber es ist trotzdem hässlich. Wie der schaut. Wo schießen die denn hin? Na der. Aber da sind jetzt die Ritter von Schloss Trang. Oh nein. Da lösen sich das alles so richtig aus. Oder der einer. Das hat der noch... Was hat der da gemacht? Gott, ich versteh's nicht. Das ist tatsächlich... Das ist tatsächlich... Schloss von Trang, ich... Tatsächlich... Ach so, deswegen, weil man braucht dafür die... Äh, für die Tür genügend, ähm... Das ist Rostrunge. Äh. Okay. Äh, dafür braucht man ja auch, äh, weil da heißt's ja... Äh, benötigt... Ihr habt nicht genug. Nein, das ist so behindert, das Viech. Äh, ich hasse euch. Äh, wich sehr. Ähm... Das nennt mich voll an, an... Äh... Äh... Ah, nur in London. Ähm... Deswegen hat man auch nicht genug Power. Was hat der gemacht? Es heißt ja, wenn man um die Tür geht, habt ihr eh gesehen, ihr habt nicht genug Power. Oh, dieses Kastel ist isoliert, aber trotzdem musst du aufbauen, um ein Ende zu deiner Reise und meiner zu bringen. Was ist das? Erstmal den Blutfleck berühren. Weil ich halt ihn ja nehmen. Gut. So, sprechen wir nochmal mit dir. Okay, sagt nichts. Könnt ihr natürlich auch töten, aber... Wenn ihm zu schlau ist. Das macht man ja wirklich... Das sah mit ein bisschen verdächtig aus. Da oben auf dem Dach von... Ah. Loll. Die waren wirklich versteinert. Und da sind jetzt die Mammutviecher. Oh. Hihi. Alter, Vater. Halt ihn zu viel aus. Oh, oh. Oh, oh. Nicht mit dir auch. Nicht mit dem Bogen im Nachkampf. Lolololololololol. Also das ist mal ein Begründung. Ich kann eigentlich auch... Ich kann eigentlich auch... Ich kann eigentlich auch die schießen. Ich mein... Sie sind nicht nur die Schnellsten. Und das ist Schluss. Wer baut den hier bitte schön sein Schluch. Ich bin weg von dem NPC. Und das ist... holt schlägt er den die Waffe ist so geil aber ich hab genau für den letzten reichen ja eine Mieter die Lüge Königssitz was und Königsschwerter Starr Königsschwertkämpf kommt ja das ist wohl in der rm also nebenbei aber okay ich muss es sehen aktiviert dann in ordnung ich bin jetzt natürlich baut die man sich in der drühe ausnehmen macht total sind auf jeden Fall wo es auch wenn sie kein Mensch den großen Samen habe ich bis heute noch nicht wenn er stein nimmt das Feuer für Prozent Feuer Samen wofür ich hinkend hier Prozent das sind die er auch für die ich liebe diese Leute die immer lügen und andere verarschen und was weiß ich nicht auch nicht recht nicht an hier hier oder nicht gemacht. Okay. Geaktiviert war es. Der Gude. Oh. Totstellen. So, das heißt ein Totstellen. Ich würde es auch Leuten gerne mitteilen, die es nicht, die ich draufkomme, aber ich sage, ich muss selbst mal draufkommen. Ah, jetzt haben wir sie auf Speyeraktivität. Oh, ist ein Geist. Jetzt mal drauf schießen. Die rein. Verdammt. Ich weiß es nicht. Du bist ein Geist von unserem Kastel. Ich bin der Chancellor. Veliger. Veliger. Du hast eine Audience mit meinem König, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has, the queen has taken him. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. Long, long, long ago. King Vendrick. We must fight back or the giants will take Drag Lake. The king had a dear queen. A woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us alone from a faraway land. Far, far, ocean. She warned our lord of the looming threat across the seas of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side. The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle to celebrate victory and to show his love and his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? Who are you? By whose permission do you? Welcome. Our guests are treated with honor. This is the way. Tell me if you should rec... My lord made magnificent fight. He vanquished for a great one. Our king has King Vendrick. The king had a dear queen. Long ago, she... a... A... what had the name so... O... flamberge. Großschwert, hellebade. Nein, it's also 10 Uhr. Max-Sens-Folfe-Ausrüstung. Ach, das ist plus ein Socke. hin für Blitz von Maggi Polz Blitzbohrscher Koenig zu Koenig und 16.007 die Moll Ich nehm mal lieber Kaisel mit. Nichts. Gut, dann, äh, gucken wir jetzt mal hier unten rum. Klar, werd ich gut geerfahren. Äh, nicht die, 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 äh, äh, empfangen. Ich bin auch mit dem, ich spiele, aber ich mache Glück. Heißt, der Reversieren? Ah, okay, deswegen konnte ich das nie richtig machen, weil ich keine Ausdauer hatte. Stehe auf. Sonst kommt der andere da oben dran. Oh, sind wir jetzt hier beim, äh, Spum auf 64. Okay. Genau. Nicht auf den Scheiß wieder laufen. Wahrscheinlich ist das ein Leuchtfeuer und, äh, äh, wieder eine Gasse, aber... Ich bin's dumm, jetzt wieder das Tor zu öffnen. Nein. Genau, war weg. Meinetwegen ist so. Ist doch nicht ehrenvoll, aber... Großschwert, das ich nicht brauche. Trost. Hm. 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 Ich weiß es nicht. Tür. 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 Tür, 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 Tür. doch wenn er nicht glaubt ist doch hinten die Flüchtlinge doch denkt die Fälle er oben könnte ich noch welche Zerner uns kurz gucken wie vor ich vor vor Anrufe Wundberg genießen die erinnern der worte die russ kamen die tappst du mir also doch tatsächlich gerecht auch zwei jenke so ich kann mir vorstellen dass wir später wieder sinkommen der könig und die königin wenn man es geschafft hat die kämpft auf jeden fall es heißt überall ich wollte du voraus es könnte sein dass sie vielleicht noch ein bus kommen wer weiß oder nicht naja auch vielleicht ist die königin böse geworden oder so er sagt ja die königin hat sie nicht verschleppt oder so das könnte verdammt